Herzlich willkommen zu unserem Vortrag über Serverless Java Applications in AWS Cloud. Ich heiße Vadim und arbeite bei der Firma IP Labs. Zu meinen Interessen gehören Java, Plattformen, alles jetzt in letzter Zeit rund um Cloud, Container und auch Serverless. Das ist mein Kollege. Ich bin Elmar, ich bin heute den ganzen Tag am Stand von IP Labs und bei der täglichen Arbeit beschäftige ich mich momentan mit der Migration von Anwendungen in die Cloud, AWS Cloud. Wir sind hier Sponsor, falls ihr Fragen habt, könnt ihr die auch nachher stellen und auch bei uns am Stand. Wir arbeiten beide bei der Firma IP Labs und was wir machen, ist Software für die Gestaltung und Bestellung von Fotoprodukten, sei es Prints, Posters, Kalender, Fotobücher, im Prinzip alles, worauf man halt ein Foto drauf tun kann. Wir sind Fujifilm-Tochter, auch in Bonn gegründet, seit über 15 Jahren, sind auch gegen Plattformen unterwegs. Ich arbeite selbst zwölf Jahre da, Elmar eigentlich noch länger. Wir wollten euch quasi in die Serverless-Welt einführen mit einem Beispielprojekt, das ist sozusagen ein Revenue-Share-Projekt. Wir sind im Business-to-Business-Bereich als Firma aktiv, das heißt, wir verkaufen quasi Software nicht selber, sondern auch andere Partner, die dann das an Endkunden bringen. Und dafür müssen wir entlohnt werden und das Ziel dieses Tools eben ist es, zu berechnen, wie wir entlohnt werden. Ich glaube, alle projektspezifischen Details, wie die Berechnung aussieht, sind hier nicht so relevant. Trotzdem, beispielhafter Aufbau, denke ich, ist sehr, sehr interessant. Welche Anforderungen haben wir in diesem Tool? Es ist so, dass am ersten des Monats in der Nacht eine automatische Berechnung für alle Kunden für den Monat davor starten soll. Das heißt, automatisch. Keiner muss in den Button betätigen oder sonst was. Es muss aber auch die Möglichkeit geben, diese Berechnung über die GUI zu machen, auch für die angelaufene Zeit. Zum Beispiel sind wir am 25. August heute und der Projektmanager will wissen, was hat mein Kunde quasi generiert zwischen dem 1. und 25. Und er muss die Möglichkeit haben, das für die Monate davor auch rückwirkend nochmal zu rechnen, wenn es Probleme gibt. Und was noch wichtig ist, es muss natürlich dann auch die Notification verschickt werden, dass die Ergebnisse auch abgeholt werden. Vor allem, wenn die Berechnung automatisch in der Nacht durchläuft und keiner darauf wartet, ist es sehr, sehr hilfreich, wenn einfach per E-Mail ein Link kommt, wo die Ergebnisse auch abgeholt werden. Betätigt man quasi sozusagen die Rechnung über die GUI, dann kann man auch auf die Ergebnisse dort warten, werden aber zusätzlich immer noch verschickt per E-Mail. Und das waren unsere Anforderungen. Wir hatten so einen alten Tool und haben auch die Möglichkeit bekommen, in diesem Jahr etwas Neues zu machen, das auf modernere Beine zu stellen. Und wir hatten sozusagen eine immer interessante Diskussion, wie machen wir, wenn wir die Gelegenheit haben, etwas Neues zu machen. Spring Boot, Container, vielleicht irgendwas Richtung AWS bringen. Und wir haben uns hier einfach angeschaut, wie oft der Tool eigentlich im Monat arbeiten muss, im Prinzip berechnen. Ja, am ersten des Monats, klar, in der Nacht automatisch, haben wir unseren Projektmanager gefragt und festgestellt, während des Monats gibt es kaum Interesse an Zwischenergebnissen. Es sei denn, es gibt Aktionen oder in Weihnachtszeit ein bisschen mehr, dann haben sie Interesse, das permanent sozusagen diese Ergebnisse zu bekommen. Aber ansonsten, 90 Prozent der Arbeit macht der Tool nur am ersten des Monats in der Nacht. Das ist eigentlich ein perfekter Use Case für Serverless. Denn irgendwelche Server zu kaufen, sie zu managen, um nur, sage ich mal, 0,01 Prozent der Zeit aktiv zu sein, ist nicht wirklich cool gewesen. Deswegen haben wir uns praktisch entschlossen, das mit Serverless in AWS Cloud auszuprobieren. Bevor wir sozusagen ein bisschen in die Architektur gehen, wer hat eigentlich Erfahrung schon mit der Cloud generell? Circa die Hälfte mit AWS Cloud. Ein bisschen weniger, die meisten aber doch. Wer hat schon mit Serverless-Technologien gearbeitet? Okay, vier, fünf Hände sehe ich. Jetzt eins mehr. Das werden wir erklären, was das ist. Wir werden jetzt dazu kommen. Auf jeden Fall jetzt eine grobe Architektur der Anwendung, ohne dass wir jetzt quasi jeden Service jetzt beschreiben müssen, sondern das werden wir im Laufe des Vortrags machen. Zuerst haben wir irgendwo eine zentrale Datenbank, die ist gar nicht in der Cloud, wo eben so ein Cron-Job läuft, der automatisch am ersten des Monats oder auch zwischendurch, wenn wir es wollen, quasi die Bestelldaten rauszieht. Und ab da gehen wir sozusagen jetzt komplett in die Cloud. Wir legen diese Ergebnisse, alles was relevant ist, um die Berechnung durchzuführen, in dem Storage, S3-Storage, aber es reicht, wenn wir Storage nennen. Wenn eine Datei auf dem Storage gelegt wird, ist automatisch ein Event ausgelöst, die so eine Lambda, sozusagen eine Funktion aktiviert, die aus diesem Event, und so sieht quasi der Pfad aus, wo die Datei abgelegt wird. Und diese Funktion macht nichts anderes, als aus diesem Pfad den Kunden, in diesem Fall heißt er quasi ID eine Million, und Berechnungsjahr 2018 und Monat August quasi zu parsen. Danach wird eine weitere Funktion aufgerufen, die eben diese Revenue-Share-Berechnung durchführt, für einen Kunden, für einen Monat. Dabei werden diese Regeln und alles, was zur Berechnung notwendig ist, vom Storage gelesen. Wir kommunizieren mit der Datenbank, deinem ODB reden wir auch später, verschicken auch Notification, E-Mail, wenn das Ergebnis fertig ist, über SNS-Service, und legen quasi diese Ergebnisse dann wieder auf dem Storage, damit die auch archiviert werden können. Das ist sozusagen der automatische Pfad, der am ersten des Monats sozusagen durchlaufen wird. Es gibt auch die Möglichkeit, das Gleiche über die GUI zu machen. Und in der GUI wählt man den Kunden, Jahr und Monat, und danach wird ein weiterer Service zum Einsatz kommen, und API Gateway ist in diesem Kontext einfach ein Managed Rest Endpoint, der praktisch diese drei Parameter bekommt und weiter an die Funktion delegiert. Und die Funktion berechnet das sozusagen für uns. So sieht sozusagen die Architektur aus. An dieser Stelle sind wir komplett in der Cloud. Und jetzt kommen wir zu der Frage, was ist Serverless, beziehungsweise was wir darunter verstehen. Ich werde, beziehungsweise wir werden in diesem Vortrag Serverless und Function as Service als Synonyme verwenden. Im Prinzip sagt man, Serverless ist es, nennt man das Serverless, wenn Function as Service nur dann bezahlt wird, wenn Funktion tatsächlich was tut. Man kann zum Beispiel Function as Service auch im Kubernetes-Umfeld implementieren, mit zum Beispiel Kubernetes oder jetzt Knative-Funktionalität. Trotzdem zahlt man für Kubernetes-Cluster auch dann, wenn die Funktionen nicht aufgerufen werden. Serverless heißt es, wir bezahlen nur praktisch für die Laufzeit dieser Anwendung. Und bei uns ist es unter 0,01 Prozent der Zeit. Deswegen, was für uns wichtig ist, wir managen selbst keine Server. Wir haben damit nichts zu tun. Das übernimmt für uns die Plattform. In diesem Falle AWS, Lambda. Wir bezahlen nur für die Laufzeit der Anwendung. Das wird für uns auch alles automatisch skalieren. Das heißt, es können auch mehrere Berechnungen parallel am ersten des Monats durchgeführt werden. Die werden praktisch auch alle parallel getriggert. Und Fehlertoleranz und High Availability wird auch durch diese Services, die wir hier nutzen, automatisch garantiert, weil sich mit AWS auskennt. Es gibt Konzepte einer Region und mehrere Availability-Zones. Das sind sozusagen, die Region kann Frankfurt zentral sein, zum Beispiel AWS Cloud in Frankfurt. Und mehrere Availability-Zones sind einzelne Datacenters, die unabhängig sind, die den Regionen zugeordnet sind. In Frankfurt sind es drei. Und wenn sogar zwei komplett ausfallen, wird die Anwendung trotzdem funktionieren, weil eben diese Funktionalität Failover automatisch in diesen Services sozusagen mit drin ist. Das sozusagen zur Einführung. Und jetzt werden wir alle diese Services einzeln durchgehen, die hier zum Einsatz gekommen sind. Wir fangen mit S3 und ich übergebe an Elmar. Ja, die vier Prinzipien, die vier Serverless-Prinzipien, die Vadim gerade vorgestellt hat, lassen sich alle schon an so einem Cloud-Speicherdienst beobachten. Bei Amazon heißt der Dienst Simple Storage Service, abgekürzt S3. Und auf der ersten Folie dazu gehe ich zunächst einmal auf die allgemeinen Eigenschaften von Cloud-Speicherdiensten ein. Und was haben die jetzt mit den Serverless-Prinzipien zu tun? Das erste Prinzip war, dass wir keine eigenen Server verwalten müssen. Das ist klar. Das ist halt in diesem Fall der Dienst, den wir nutzen. Das zweite Prinzip war die besonders gute Skalierbarkeit. Die haben wir hier bei dem Cloud Storage dadurch gegeben, dass der im Prinzip unbegrenzt ist. Lässt sich also im Prinzip unlimitiert skalieren. Dann haben wir keine Mindestgebühren und keine Reservierungskosten für den Speicher, sondern wir bezahlen nur für den Speicher, den wir auch tatsächlich benutzen. Das wäre schon das dritte Serverless-Prinzip und zwar Never Pay for Idle. Und das vierte Prinzip war die hohe Ausfallsicherheit. Die wird beim Cloud Storage dadurch erreicht, dass der Dienst automatisch Kopien von den Daten anfertigt und zwar auf jeden Fall mehr als zwei und diese Kopien auch in verschiedenen, in mehreren Rechenzentren speichert. Dadurch erhält man eine sehr hohe Verfügbarkeit von über 99 Prozent. Also die 99 Prozent sind jetzt für den Fall bei Amazon, dass man explizit wählt, dass man nur die Daten in einem Rechenzentrum speichern will. Dazu kommen wir später noch. Aber generell ist die Verfügbarkeit, also die Zahlen, die hier stehen, sind auch bei allen großen Anbietern, die gleichermaßen zu finden. Bei Microsoft Azure, Google Cloud Plattform und AWS haben alle diese Verfügbarkeit und auch diese gleiche Durability, also das ist die Beständigkeit der Daten. Diese Zahl lese ich jetzt nicht vor, aber die bedeutet umgerechnet, dass man, wenn man 100 Milliarden Objekte gespeichert hat, dass davon pro Jahr höchstens ein Objekt verloren gehen sollte. Wem das jetzt nicht reicht, weil er noch mehr Objekte vielleicht speichert oder noch weniger verlieren will, der kann noch weitere Kopien in anderen Regionen der Erde anlegen. Dann gibt es noch mehr Kopien und das ist dann allerdings mit zusätzlichen Kosten verbunden, weil man dann den Speicher auch mehrfach bezahlen muss. Dann gibt es noch ein Feature, was bei allen Cloud Speicherdiensten zu finden ist. Das sind die verschiedenen Speicherklassen. Speicherklassen sind darauf ausgelegt, die verschiedenen Bedürfnisse bezüglich der Häufigkeit, mit der man auf Daten zugreifen will, zu befriedigen und dann auch einen günstigeren Zugang zu bieten, wenn man die Daten nicht besonders häufig braucht, wenn man die Daten nur aus Archivierungszwecken speichert, dass man dann einen geringeren Preis zahlen muss. Das sehen wir auch auf der nächsten Folie, wo ich zunächst einmal den Preis vom S3 Service vergleiche mit dem Elastic File System. Wer das Elastic File System nicht kennt, das ist ein anderer Dienst von Amazon Web Services, das ist ein Netzwerkdateisystem, das man an mehrere virtuelle Rechner anschließen kann, also im Prinzip eine Netzwerkfestplatte, auf die man von mehreren virtuellen Rechnern aus zugreifen kann, parallel. Und dieses EFS-Dateisystem kostet pro Gigabyte und Monat mehr als das Zehnfache wie der S3-Speicherdienst in der bereits teuersten Speicherklasse. Es gibt sogar noch Möglichkeiten, Kosten zu sparen, indem man zum Beispiel Mengenrabatte ab 500 Terabyte nutzt oder halt diese günstigeren Speicherklassen. Da ist zunächst einmal S3 Standard Infrequent Access, das ist die gleiche Funktionalität wie die normale Speicherklasse, nur ein anderer Tarif. Man bezahlt nur die Hälfte für den belegten Speicher und dafür bezahlt man mehr für den, oder man bezahlt überhaupt erstmal für den verursachten Traffic zusätzlich dazu. Und es gibt eine spezielle Speicherklasse, wo die Daten nur in einem Rechenzentrum abgelegt werden. Das ist dann der Fall, wo die Availability auf 99,0 Prozent sinkt, weil man im Fall, dass dieses Rechenzentrum gerade nämlich ausfällt, dann zeitweise nicht an die Daten rankommt. Und als Viertes gibt es noch die Speicherklasse, den Glacier-Speicher. Das ist ein Sonderfall, der tanzt etwas aus der Reihe, weil er erstens nicht über die gleiche API angesprochen wird wie die anderen Speicherklassen und zweitens auch im Verhalten sich unterscheidet. Und zwar muss man eventuell bis zu ein paar Minuten warten, bis man die Daten zurückgeliefert bekommt, die man angefragt bekommt. Und es gibt auch gewisse Limits, wenn man den günstigen Preis haben will, dann darf man bestimmte Limits nicht überschreiten bezüglich wie viele Daten man innerhalb kurzer Zeit abruft. Es ist also wirklich nur für Archivierungszwecke geeignet und wenn man nur im Notfall mal Daten abrufen muss. Auf der nächsten Folie geht es um die Struktur von S3. S3 ist in Buckets organisiert mit global eindeutigen Namen. Die Buckets sind eigentlich nur Key-Value-Stores. Man kann aber, das sehen wir auf der nächsten Folie auch, damit eine Verzeichnisstruktur, eine hierarchische, geschachtelte Verzeichnisstruktur abbilden. Die Daten, also die Values, die in dem Store gespeichert werden, das sind dann aus unserer Sicht jetzt die Dateien. Aus anderer, je nachdem, aus Anwendungssicht können das auch Blobs sein dann zum Beispiel, werden hier in diesem Kontext als Objekte bezeichnet auch. Und diese Objekte können versioniert sein. Dafür muss man manuell die Versionierung für ein S3-Bucket aktivieren und kann dann unter dem gleichen Schlüssel auch mehrere verschiedene Objekte mit verschiedenen Versionsnummern speichern. Jedes Objekt hat außerdem ein Set von Metadaten. Das nutzen wir in unserer Beispielanwendung nicht, ist aber noch zur Struktur noch erwähnenswert. Auf der nächsten Folie, die nächste Folie zeigt einen Einblick in das Web-Frontend vom S3-Service. Und zwar sehen wir jetzt hier schon den Bucket, den wir für unser Revenue-Share-Berechnungstool verwenden, um da Daten abzulegen. Und wir sehen hier schon, dass da innerhalb des Storage ein Unterverzeichnis und mehrere geschachtelte Unterverzeichnisse liegen. Und hier letztlich wir für jeden Monat ein einzelnes Verzeichnis haben. Und da liegen dann unsere Dateien drin. Letztlich ist dieser ganze Verzeichnispfad immer dieser, plus der Dateiname, immer der Schlüssel, unter dem die Daten abgelegt werden. Wird hier sehr schön komfortabel aufbereitet dargestellt. Auf der nächsten Folie noch ein weiterer Einblick in das Web-Frontend. Hier geht es dann darum, wie wir den Zugriff auf die Buckets regeln. Buckets sind ja grundsätzlich erst einmal nicht öffentlich verfügbar. Wir wollen aber jetzt den Zugriff regeln, dass unser Programmcode auf diesen Bucket zugreifen kann. Und dafür wollen wir jetzt nicht irgendwelche Credentials im Programmcode übergeben und auf unserem Dateisystem irgendwo Passwörter, geheime Passwörter ablegen müssen, sondern wir benutzen dafür diese Permissions und dadurch auch die allgemeine Infrastruktur von AWS, um Permissions zu regeln. Das ist das Identity and Access Management. Und da kann man solche Rollen, also man kann Benutzergruppen und auch Rollen anlegen. Und wir benutzen hier eine Rolle, die wir der Lambda-Funktion später zuweisen, also unserem Programmcode letztlich. Und diese Rolle statten wir mit bestimmten Rechten aus. Wir sehen hier zweimal den Effekt Allow. Das heißt, es handelt sich um eine Erlaubnis, die gegeben wird. Und die Aktion ist jeweils so eine Sternaktion auf S3. Das heißt, es werden alle Aktionen, die die S3 zur Verfügung stellt, erlaubt. Und dann gibt es hier noch den, also zwei verschiedene Permission Policy Statements. Einmal dieses erste bezieht sich auf alle Dateien, in denen in dem Bucket enthalten sind. Das zweite ist, der bezieht sich auf den Bucket selbst. Und ja, auf diese Weise ist dann der Zugriff auf den Bucket geregelt. Und sodass jetzt, wir kommen als nächstes jetzt direkt zu zwei kleinen Ausschnitten aus dem Programmcode, der eine Datei in diesem Bucket hochlädt. Wir benutzen da das Java-SDK von Amazon und müssen deswegen, also dieses SDK nimmt uns die unangenehme Aufgabe ab, jetzt selber HTTP-Requests zusammenstellen zu müssen und HTTP-Header manuell setzen zu müssen. Wir rufen einfach die Funktionen wie Methoden auf über Klassen und Interfaces. Und wir binden ein Paket ein, mit dem wir Zugriff auf diesen Client-Bilder bekommen. Der Client, das ist immer das gleiche Muster bei allen Services von Amazon. In dem Fall benutzen wir den S3-Client-Bilder und rufen dessen Bildmethode auf, um so einen Client zu bekommen. Diese Zeile mit den Credentials ist auskommentiert, die brauchen wir nicht, weil wir die Permissions schon geregelt haben, wie auf der vorherigen Folie gezeigt. Und wenn wir diesen Client haben, dann können wir da so eine Put-Object-Methode aufrufen, die dann alle weiteren Daten innerhalb eines weiteren, in einem Put-Request gekapselt bekommt. Da gehört dann natürlich der Bucket-Name dazu. Der Schlüssel, der dann beispielsweise so aussieht, wie hier unten zu sehen, das ist dann die gesamte Verzeichnisliste mit dem Dateinamen. Und dem Wert, das ist reine Anwendungslogik, wie der Wert der Berechnung entsteht, ist hier nicht interessant. Wir verpacken ihn in einen Byte-Array-Input-Stream und übergeben ihn, speichern ihn dann in diesem Request. Letzter Parameter wären die Metadaten. Brauchen wir nicht. Und ja, das wäre das, was wir zum S3-Dienst. Zum nächsten Dienst, den wir in unserer Anwendung nutzen. Okay, wir sprechen jetzt über AWS Lambda. Das ist im Prinzip Herzstück der Anwendung, wo praktisch das ist Function as Service sozusagen. Und ja, was bietet Lambda? Also die Dinge, die wir schon genannt haben, Kostenersparnis, Skalierbarkeit, auch Resilience, haben wir schon genannt. Es gibt noch ein paar Dinge, die echt wichtig sind. Dieses Time-to-Market. Wir haben selbst bei diesem Projekt, er lief bei uns drei Wochen mit vier Entwicklern festgestellt, wie viel man insgesamt schaffen muss, wenn man sich von der Operations-Aufgabe sozusagen befreit wird. Ja, wo man sich nur auf die Anwendungslogik konzentriert. Und das, was wir euch zeigen, wir haben das auch selbst erlernen müssen. Und um diesen Tool bereitzustellen, musste man noch enorm viel Anwendungslogik schreiben, weil Verträge bei Kunden völlig unterschiedlich sind. Trotzdem, wir haben im Prinzip drei Wochen Sprint alles geschafft, inklusive Einarbeitung in diese Services, weil wir eben befreit waren von Operations-Dingen. Und was wir hier in der einfachsten Form sofort geschenkt bekommen, was wir auch später sehen werden, ist Logging und Monitoring. Es gibt Einschränkungen, aber für den Start reicht das, was im Prinzip Lambda uns zur Verfügung stellt. Und die Sicherheit, Elmer hat schon ein Beispiel gezeigt, wie so eine Rolle aussehen kann. Man kann sehr feingangulär sagen, was überhaupt Lambdas, also diese Funktionen machen dürfen, welche Tabellen sie zugreifen, und überhaupt welche Operationen zugelassen sind. Man kann den Sort zulassen, zum Beispiel Delete aber nicht. Es geht sehr, sehr feingangulär. Um überhaupt sich jetzt vorzustellen, wie sich Function-as-Service von jetzt Infrastructure-as-Service, Container-as-Service sich unterscheidet, können wir hier diese Gegenüberstellung anschauen, wenn wir bei Amazon nur EC2-Instanzen, ganz normale Server mieten, dann nennt sich das Infrastructure-as-Code und as-Service, was uns Amazon an der Stelle übernimmt, quasi Hardware-Schicht, auch Virtualization und Operating-System. Ab da sind wir halt selbst dafür zuständig. Wollen wir noch eine Zwischenschicht mit Container haben, ja, auch dann sozusagen kann man Container auch sozusagen dem Cloud-Provider managen lassen. Mit Platform-as-Service sind solche Dinge gemeint, wie Kubernetes und so weiter, wo auch, sage ich mal, die Skalierbarkeit dieser Container für uns geregelt wird. Wichtig ist das praktisch, bei Function-as-Service, die Unit of Scale ist dann nicht mehr Applikation, sondern die einzelnen Funktionen und genau dafür sind wir auch selbst zuständig. Und alles andere, Container, auch Runtime, und da Runtime ist Execution, Umgebung, wie zum Beispiel Java gemeint, sind komplett nicht von uns gemanagt, sondern vom Cloud-Provider. Das heißt, wir können uns auf die Anwendungslogik in diesem Falle konzentrieren. So, wie erstellt man eine Funktion? Jetzt fangen wir quasi mit dieser Funktion, die dann aufgerufen wird, wenn eine Datei auf S3 kommt, die sagt, das ist jetzt alle Daten, um eine Monatsberechnung durchzuführen. Was wir an dieser Stelle machen, wir wählen eine Sprache, mit der wir es wollen. Wir haben es mit Java 8 gemacht, es gibt noch nichts Java 9 und höher. Ihr seht hier, es gibt vieles, viele Sprachen, auch Go ist Ende des letzten Jahres dazugekommen. Wir müssen noch den Klassennamen hier an der Stelle übergeben, und das ist so eine Art Main-Methode, damit die Funktion weiß, wo soll ich nachgucken, was soll ich ja zuerst ausführen und diese Klasse implementieren, dann ein Interface, welches dann nur eine Methode hat. Und dann müssen wir unsere Anwendungslogik praktisch hochladen. Man kann das natürlich alles vollautomatisieren, aber hier geht es darum, vor allem im Falle von Java, ein Java-File hochzuladen, welches wir mit Maven oder Gradle wie auch immer gebaut haben. Was danach kommt, Elmar hat schon gezeigt, hier können wir die Rolle zuweisen, die eben genau regelt, was diese Lambda überhaupt alles so darf. Und da kommen zwei wichtige Einstellungen. Zuerst Arbeitsspeicher. Man muss ganz genau wissen, wie viel Arbeitsspeicher die Anwendung braucht. Es geht zwischen 128 MB und 3 GB. Und das ist enorm wichtig, weil Pricing tatsächlich an dieser Einstellung hängt. Da muss man Tests machen. Es gibt einen Effekt, welches wir hier nicht in aller Ausführlichkeit betrachten, heißt Cold Start. Es ist ja nicht so, dass wir so eine Funktion erstellen, dass die Server von AWS schon bereitstellen und bereit sind, diese Anwendung auszuführen. Sondern wenn der erste Aufruf kommt, auch nach jedem einzelnen Deployment, sollten wir nochmal deployen mit der Änderung, beginnt Spiel von vorne. Wir laden unseren Hochcode auf S3 und wenn wir das erste Mal aufrufen, wird sozusagen die ganze Umgebung mit Container, das ist kein Docker-Container, was dann letztendlich Amazon dahinter hat, mit Java-Umgebung erst mal bereitgestellt und der Anwendungscode erst mal dort deployt. Und erst dann ist die Anwendung bereit, diese Funktionen auszuführen. Und das, was ich euch gesagt habe, dauert Zeit. Und das nennt sich Cold Start. Das kommt quasi automatisch beim ersten Aufruf. Und das muss man auch beachten, sowohl auch für Timeout, als auch für Arbeitsspeicher. Und es passiert so, dass wenn wir x Minuten lang die Funktionen halt nicht aufrufen, wird dieser Container komplett pausiert und weggeschmissen. Das heißt, wenn wir häufig aufrufen, wird der Container pausiert und dann wieder gestartet. Das verhält sich so ähnlich wie Connection Pool, SQL Connection Pool. Das wird einfach warm sozusagen noch behalten. Aber wenn wir lange Zeit die Anwendung nicht nutzen, wird dieser Container entsorgt sozusagen. Und wenn wir dann nochmal Aufruf machen, wird dieser Cold Start passieren. Amazon committet sich nie zu diesen Zeiten. Es ist auch abhängig, wie viel Hardware Amazon gerade zur Verfügung hat. Das heißt, wenn da Peakzeit bei Amazon ist, werden sie Container ziemlich schneller wieder sozusagen entsorgen. Deswegen, das ist bei uns halt der Pattern. Bei uns haben wir immer mit Cold Start zu tun, wenn wir am ersten des Monats in der Nacht Ausführung haben, weil wir dazwischen sozusagen nichts tun. Timeout ist eben dafür da, um die Kosten zu sparen, wenn man weiß, okay, die Funktion braucht nicht die maximalen fünf Minuten, dann lieber schmeiße ich nach zig Sekunden Exception und prüfe eben, was da geschehen ist. Und wieso ist es wichtig? Pricing. Pricing wird von eben dieser Einstellung, wie viele Arbeitsspeicher tatsächlich zugewiesen haben, nicht wie viel wir davon verbrauchen. Das interessiert Amazon nicht, sondern wie viele tatsächlich zugewiesen haben und die Laufzeit gerundet auf 100 Millisekunden berechnet. Mit einem ziemlich großzügigen freien Kontingent. Wir sind praktisch im freien Kontingent, was unsere Applikation betrifft, komplett stackt. Das heißt, wir zahlen da ganz wenig. Trotzdem, wenn man sozusagen an der Web-Anwendung komplett serverless macht, die ständig aktiv ist, wird man sicherlich nicht herum um die Kosten haben. Deswegen ist es sehr wichtig, das auf Performance zu tunen, dass sozusagen, wenn die Anwendung 101 Millisekunde, also Funktion 101 Millisekunde für die Ausführung braucht und ihr das so optimieren könnt, dass ihr nur 90 Millisekunden braucht, habt ihr die Hälfte der Kosten gespart, was Lambda angeht. Deswegen ist es enorm wichtig. Und wie gesagt, den Arbeitsspeicher muss man auch sehr genau tunen. Okay, jetzt ist natürlich die Frage, wie verknüpfen wir eigentlich S3-Event? Jetzt ist eine Datei auf S3 angekommen mit Lambda. Im S3-Bucket gibt es so eine Möglichkeit, Events zu erstellen. Dafür gibt man einen Namen, wie wir es hier gemacht haben, und sagen, welcher Event das ist. In unserem Fall ist es Put, vor allem, wenn die Datei erstellt wird oder Kopie, wenn sie kopiert wird. Man kann noch Präfix und Zufix übergeben. Wir haben hier tatsächlich gemacht, um tatsächlich zu unterscheiden, wann muss, ob das, ob es die Eingangsdaten sind für die komplette Monatsberechnung, weil wir auch zwischendurch die Sachen exportieren, aber dann die Berechnung nicht automatisch anstoßen. Das heißt, wenn es hier Final JSON ist, dann wissen wir Final, das ist eine Monatsberechnung. Und da kann man quasi sozusagen Trigger auswählen, was soll denn angestoßen werden, wenn die Datei auf S3 gelegt wird. Da kann man eben Lambda auswählen. Es gibt noch andere Services wie SQS, SNS, die da ausgewählt werden können. Und dann sehen wir alle Lambdas, die da sind und können sozusagen unsere Lambda damit verknüpfen. Und dann wird sie aufgerufen, sobald die Datei auf S3 liegt. So sieht die sozusagen der Code der Funktion aus. Im Prinzip implementieren wir Interface Request-Händler, übergeben, was für ein Event der Auslöser ist. Das ist S3-Event und was die Funktion zurückgibt. Sie gibt nicht zurück, weil sie automatisch in der Nacht aufgerufen wird. Das heißt, es werden keine Ergebnisse sozusagen an der GUE oder sonst was gewartet. Und wir implementieren im Prinzip Handle-Request-Methode selbst. Das ist hier Anwendungslogik, was wir in diesem Falle machen. Wir parsen eben aus diesem Key Kunde, Jahr und Monat und übergeben das an die zweite Lambda, die dann die Berechnung durchführen wird. Und man kann aus einer Lambda so eine Funktion eine andere Funktion auswählen. Es geht ganz genau mit AWS SDK. Wir bauen so einen Client, übergeben die Funktionsname. Mit Invocation-Type-Event sagen wir, das ist Fire and Forget. Das heißt, eine Funktion ruft die andere und wartet nicht auf das Ergebnis. Hier ist es in diesem Fall auch nicht notwendig. Mit Payload übergeben wir ein JSON-Objekt, bestehen aus Kundennamen, Jahr und Monat. Und mit Invoc wird eine Funktion die andere im Prinzip aufrufen. Wichtig ist es hier, ein Kontext-Objekt. Daraus können wir hier den Logger uns besorgen und alles loggen, im Prinzip, was wir sozusagen brauchen. Und dann schauen wir später, wie wir uns das anschauen. Ja, wir kriegen hier ein Monitoring geschenkt, habe ich gesagt, hier kann man sehr, sehr viele Metriken anschauen. An Zahl an Aufrufen, Dauer der Aufrufe, auch Aufruffehler, alles Mögliche kann man sich hier anschauen. Und so können wir euch auch das ganze Logging anschauen. Im Prinzip alles, was wir geloggt haben, wird hier erscheinen, auch zusätzlich zum Beispiel die Dauer jeder Ausführung. Die wird automatisch geloggt und hier sehen wir zum Beispiel, wie viel Speicher verbraucht wurde und wie viele Millisekunden. Das ist letztendlich die Basis für die Monetarisierung, dass wir es dann später überprüfen können. Das landet alles in CloudWatch. Das ist so ein Tool, zum Beispiel auch Logikmetrics, auch Alerting und so weiter sich anzuschauen, kriegen wir sozusagen an dieser Stelle geschenkt. Die zweite Lambda, die eben die Ausführung, die die Berechnung für den Kunden macht, ist komplett ähnlich. Wir können es hier eigentlich sparen. Die braucht etwas mehr Speicher, weil die Berechnung von Datenvolumen abhängig ist. Deswegen haben wir hier ein bisschen mehr gegeben. Auch Timeout ist etwas aggressiver gewählt. Die Anwendungslogik ist unsere reine Anwendungslogik. Wir machen die Berechnung, wir sprechen die Datenbank an, wir sprechen Service, welche Benachrichtigungen verschickt. Das werden wir jetzt anschauen, im Detail wird das letztendlich geschickt. Deswegen kann, glaube ich, dieses Teil auch überspringen. Das ist auch nichts Besonderes. Wichtig ist, dass man alle Einschränkungen von Lambda auch sozusagen vor Augen hat. Speicher geht nur zwischen 128 MB und 3 GB jetzt. Das ist verdoppelt worden Ende des letzten Jahres. Eine Lambda hat so ein Shared Temp Space, da kann man die Dateien ablegen, die dann sozusagen auch geshared werden zwischen Lambda-Ausführungen. Wichtig ist, maximale Ausführungsdauer bis jetzt fünf Minuten. Das heißt, wenn wir eine Logik haben, die Länge zur Berechnung braucht, müssen wir entweder das in mehrere Funktionen splitten oder eben wäre Lambda halt nicht geeignet. Wichtig ist, es gibt ein Account-Limit, wie viele Lambda-Ausführungen gleichzeitig zugelassen sind. Alle Lambdas pro Account. Es steht auf 1000. Bei einigen Regionen ist es schon auf 3000 erhöht worden. Trotzdem muss man hier aufpassen, sozusagen nicht, dass man aus dem Limit läuft, wenn die Anwendung stattfrequentiert ist. Es gibt die Möglichkeit, pro Lambda noch zu sagen, von diesen 1000 kann sie nur 20 verwenden. Dass man das einschränkt und dass man durch irgendeinen Fehler, wo eine Lambda sich selbst rekursiv auswählt, diesen Pool komplett sozusagen nicht verbraucht, und dann alles, was im Account läuft, alle anderen Lambdas können dadurch einfach sozusagen nicht mehr aufgerufen werden. Das ist das, was tatsächlich wichtig ist. Das ist was Lambda angeht. Jetzt sprechen wir über andere Services noch, API, Gateway und SNS. Ja, Valim hat gerade schon zwei Wege erwähnt, auf denen man Lambda-Funktionen aufrufen kann. Das eine war über einen Trigger in einem S3-Bucket und das zweite war jetzt zuletzt, dass eine Lambda-Funktion eine andere Lambda-Funktion aufruft. Und wir haben in unserer Beispielanwendung noch einen dritten Fall, wo wir nämlich aus einem Web-Frontend über JavaScript auch eine Lambda-Funktion aufrufen wollen. Und dafür brauchen wir also erstmal eine HTTPS-Schnittstelle dafür. Und die liefert uns, die können wir mit dem API-Gateway zusammenbauen. Der API-Gateway ist Teil eines größeren Funktionsbereiches und zwar des API-Managements. API-Management ist noch relativ neu auf dem Cloud-Markt und zwar war Microsoft mit Azure 2014 der erste große Anbieter, der das API-Management eingeführt hat. Amazon war hier ein Jahr später erst und auf der ersten Folie dazu will ich erstmal die allgemeinen Features von, die übergreifend auch bei allen API-Managements zu finden sind, vorstellen. Da ist nämlich zunächst einmal die Autorisierung und die Zukunftskontrolle, das API-Management nimmt uns ab, für unsere eigene API zu kontrollieren zu müssen, wer darauf zugreifen darf und wer nicht. Wie schon bei den Permissions für die Rolle können wir auch hier die Infrastruktur von AWS benutzen, um Rechte zu vergehen. Das über den YAMS-Service können wir Benutzergruppen und Rollen definieren und wir können dann speziell für die APIs, die wir definieren, Usage-Pläne definieren, die können wir dann bestimmten Benutzern oder Benutzergruppen und Rollen zuweisen. Usage-Pläne ermöglichen Features wie Throttling und Quota. Throttling ist eine Limitierung der Anzahl der Aufrufe pro Sekunde. Das dient zur Überlastabwehr. Wenn das Limit der Aufrufe pro Sekunde erreicht ist, dann liefert der API-Gateway dem Aufrufer bereits einen HTTP-Status 429 für Too-Many-Requests zurück und unser Backend bekommt von diesem Aufruf dann überhaupt nicht erst irgendetwas mit. Das andere Feature, die Quota, das bezieht sich auf eine Limitierung der Anzahl der Aufrufe pro Monat und ist eher dafür gedacht, zwischen verschiedenen Benutzergruppen zu unterscheiden. Wenn jetzt verschiedene Kunden verschieden viel für den Service bezahlt haben, dann dürfen sie vielleicht auch verschieden häufig diesen Dienst aufrufen. Und das führt uns aber auch schon zu einem weiteren Thema, und zwar dem Verkauf von APIs als Produkt. Amazon hat ja auch hier eine umfangreiche Infrastruktur, einen bewährten Marketplace, jetzt speziell für Software as a Service, wo man seine eigene API als Produkt registrieren kann. Man kann die dann auf dem Marketplace auflisten lassen und wenn man dann Kunden hat, die diese API benutzen, dann kann man die Abrechnungsinfrastruktur benutzen. Das heißt, man kann zum Beispiel die Anzahl der Aufrufe zählen lassen und dann nach Anzahl von Aufrufen abrechnen lassen, aber es gibt auch viele weitere komplexere Möglichkeiten der Abrechnung. Und dann haben wir als nächstes Feature noch das Versionsmanagement. Das Versionsmanagement basiert erstmal auf einer, dazu muss erstmal gesagt werden, dass das API-Management auf einem Deployment-Zyklus basiert. Während andere Services, zum Beispiel S3, wenn ich bei S3 einen Bucket umbenenne, dann ist diese Umbenennung sofort wirksam, das heißt, der Bucket hat danach den neuen Namen. Wenn ich beim API-Management eine Funktion umbenenne oder eine neue API-Funktion hinzufüge, dann ist diese Änderung erstmal für den Benutzer nicht sichtbar. Diese Änderungen werden erst gesammelt sichtbar, wenn ich ein Deployment von der API mache. Und so ein Deployment verleiht, durch so ein Deployment bekommen, das, was man deployed, hat auch einen Namen. Man kann verschiedene Deployments gleichzeitig live haben, das sind dann verschiedene Stages und die können dann zum Beispiel den Namen Beta oder live haben. so ein Deployment ist halt auch ein Eintrag im Versionsmanagement. Manche Plattformen wie Azure verwenden sogar Git für dieses Versionsmanagement, das ist bei AWS jetzt nicht der Fall, aber ich erhalte mit jedem Deployment einen weiteren History-Eintrag im Versionsmanagement. Und dann gibt es bei AWS noch die SDK-Generierung, die kann man dazu nutzen, um seinen eigenen Kunden jetzt den gleichen Komfort zu bieten, wie Amazon uns es jetzt bietet, indem es uns diese SDKs anbietet, um die Funktionen über Java-Klassen Interfaces und so weiter aufzurufen und das können wir für unsere eigenen APIs auch generieren lassen, so ein SDK auf Knopfdruck. Können wir aus Zeitgründen jetzt kein Beispiel sehen, aber es ist eine sehr attraktive Funktionalität. Und dann bekommen wir auch, wie im Fall von Lambda, das Monitoring geschenkt dazu. Dafür bietet Amazon CloudTrail und CloudWatch als Dienste an, die wir im Zusammenhang mit dem API-Gateway auch einsetzen können. Hier erst nochmal ein Big Picture. Wir haben hier drei verschiedene Geräte, da läuft unsere Anwendung auf verschiedenen Plattformen und der API-Gateway können wir jetzt ansehen so als eine Fassade, hinter der verschiedene Backend-Dienste verborgen werden vor unserer Client-Anwendung. Die Struktur hier in der Cloud kann sehr heterogen sein, dann gibt es einmal Lambda-Funktionen zum Beispiel, die wir selber implementieren können oder es gibt Funktionalitäten, die Amazon-Dienste uns bereitstellen, zum Beispiel S3 hat Funktionen, um Verzeichnisinhalte aufzulisten, Dateien herunzuladen oder hochzuladen, das sind sozusagen Funktionen, die wir in unserer API auch zur Verfügung, auf die wir einfach weiterleiten können, indem wir selber eine API-Funktion in unserer API definieren dafür. Und für diese heterogene Struktur stellt uns so eine API eine homogene Fassade zur Verfügung. Und wir haben also jetzt ein Web-Frontend, in dem wir die Lambda-Funktion zur Berechnung des Revenue-Share aufrufen wollen. Der API-Gateway stellt dafür diesen HTTP- Endpunkt zur Verfügung. Jeder derartige Endpunkt ist nach einem bestimmten Muster aufgebaut, die Adresse dazu, das Muster kann man hier unten sehen, da sieht man auch den Stage als Variable, also das ist dann ein Namen für dieses Deployment, den man selber wählt. Und wem das zu kompliziert ist, der kann auch ein Custom Domain Name registrieren, der ersetzt dann den gesamten Teil bis zum Kommen. Und auf der nächsten Folie ist wieder das Web-Frontend zu sehen für den API-Gateway jetzt und hier sind wir auf der Hauptansicht, wo unsere API, die besteht nur aus zwei Funktionen, einmal die Calculate-Methode in zwei verschiedenen Varianten. Letztlich haben wir in dieser Lambda-Funktion nur diese eine Berechnungsfunktion, die wir aufrufen wollen und wir stellen die in zwei verschiedenen Varianten zu Demonstrationszwecken einfach nur in zwei verschiedenen Varianten bereit. Einmal als Calculate-Methode, die ein JSON-Body als Parameter bekommt und zum Zweiten als Methode, die die drei Parameter in der URL kodiert bekommt. Hier sieht man die Customer-ID als Pfadbestandteil und die beiden anderen Parameter als Query-String-Parameter. Und hier auf der rechten Seite sehen wir den Datenfluss der Anwendung symbolisiert, grafisch dargestellt. Der Client ruft die Backend-Funktion auf und muss da über den Gateway und der Gateway bietet die Einstellung Message-Request und Integration-Request, wovon wir zunächst mal die erste Einstellungsseite jetzt anschauen. Im Message-Request müssen wir definieren, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen. Ich habe den Eindruck, dass der Ton jetzt plötzlich lauter geworden ist. Ist das noch in Ordnung alles? Wir müssen die Voraussetzungen definieren, die zum Aufruf der API erfüllt sein müssen und bei uns ist das, dass der Aufruf ein API-Key übergeben muss, einen geheimen Schlüssel also. Und als zweites definieren wir die Parameter der Funktion. Das ist im ersten Fall, wo der JSON-Body übergeben wird, definieren wir so ein Schema, nachdem dieser JSON-Body formuliert sein muss. Hier sehen wir die drei Parameter und wir befinden uns hier in einem eigenen Bereich, das sind die Modelle, da können wir solche Schemas definieren. Und für den anderen Aufruf, wo wir die Parameter in der URL codiert haben, da gibt es dann entsprechende andere Sektionen, den Request-Pass, wo unsere Customer-ID API als Parameter drinsteht und die beiden Quell-String-Parameter. Auf diese Weise haben wir jetzt definiert, worin besteht unsere API-Funktion, was muss der Client uns liefern, um diese Funktion aufzurufen. Und im anderen Bereich, dem Integration-Request, da definieren wir, was überhaupt, worin überhaupt unser Backend besteht, was der Gateway dann aufrufen soll. Und da müssen wir zuerst mal sagen, es handelt sich um eine Lambda-Funktion und welche Lambda-Funktion ist das, die wir aufrufen wollen. Und als drittes müssen wir dann noch sagen, welche Parameter bekommt unser Backend. Und im ersten Fall ist es ja einfach, die Funktion Calculate bekommt einfach die gleichen, also die Lambda-Funktion bekommt die gleichen Parameter, die wir für Calculate schon definiert haben. Deswegen werden die Parameter in dem Fall einfach durchgeleitet und wir müssen nichts weiteres unternehmen. Wenn wir aber Parameter transformieren wollen, also der Client die Parameter anders angibt, als das Backend sie erwartet, wie in diesem zweiten Fall, dann können wir hier für unsere Lambda-Funktion die Body Mapping Template verwenden. Und das ist diese Template, die hier passend ist. Da sehen wir wieder die drei Parameter, nur dass die Werte dann nicht, dass die Werte hier in Platzhaltern formuliert sind nach der Velocity Template Language von Apache und dann jeweils ersetzt werden durch das, was der Client in der URL als Parameter angegeben hat. Das war die Hinrichtung, die Rückrichtung können wir aus Zeitgründen nicht weiter anschauen. Ich fließe das Thema API Gateway, deswegen ab mit einem Blick in die Anwendung. Anwendung ist in unserem Fall einfach nur eine JavaScript Funktion in unserem Web Frontend. Das ist der JavaScript Auszug. Wir sehen hier nochmal die URL. Wir haben keinen Custom Domain dafür verwendet. Hier sehen wir den Stage, in dem Deployed wurde und die Calculate Funktion, aufgerufen wird. Wir sehen den geheimen Schlüssel, den ich teilweise unkenntlich gemacht habe und wir sehen, wie die drei Parameter gesetzt werden in dem JSON-Dokument und wie schließlich an dieser Stelle der HTTP-Request an den Gateway abgesendet wird und der leitet ihn dann unsere Lambda-Funktion weiter. Nächster Dienst wäre der Simple Notification Service. Den verwenden wir in unserer Beispielanwendung ja eigentlich nur als E-Mail-Tool, das eher einer registrierten an einer Mailing- als Mailing-Listen-Tool sozusagen. Generell ist der Notification Service allerdings eine Implementierung des Publisher-Subscriber-Patterns, das heißt, der Absender einer Nachricht ist entkoppelt von den Empfängern, er kennt nicht die Empfänger, sondern da haben wir den Dienst als Vermittler dazwischen. In diesem Dienst werden die verschiedenen Subscriber registriert und grundsätzlich sind da sehr viele verschiedene Subscriber-Arten möglich und zwar können wir Lambda-Funktionen registrieren, HTTP-Endpunkte, die E-Mail-Adressen, wie in unserem Fall benötigt, SMS-Receiver und SQS-Queues, das sind, SQS ist nochmal ein anderer Amazon-Dienst, das ist der Simple Queuing-Service und ja, wer sich wundert, dass man sowohl E-Mail als auch SMS als Receiver einstellen kann, man kann innerhalb einer Nachricht, die man verschickt, verschiedene Fälle definieren, sodass man einen langen Nachrichtentext für E-Mail-Empfänger und einen kurzen Nachrichtentext für SMS-Empfänger hat. Und in unserer Anwendung sieht das dann so aus, wir haben da ein Topic definiert, das ist Revenue-Share-Tool-Calculation-Done. Mit diesem Topic haben wir die beiden Vortragenden von heute mit ihren E-Mail-Adressen registriert und man sieht dann, dass die Topic, das Topic, dass dort auch dieses Topic referenziert wird in der Web-Oberfläche und die Programmierung mit dem Java-SDK ist wieder einfach, noch einfacher fast als bei S3. Wir haben wieder das gleiche Muster. Wir rufen einen Bilder auf, die Bild-Methode und erhalten ein Client-Objekt, über das wir dann so eine Publish-Methode aufrufen können. Dem geben wir eine Referenz auf das Topic, die eigentliche Nachricht und eine Betreffzeile. in der Programmierung sehr simpel und im Endeffekt erhalten wir dann zum Beispiel so eine E-Mail. Da sehen wir dann den Text, den unsere Anwendung in diese E-Mail reingeschrieben hat, inklusive eines Links auf das Ergebnis der Berechnung, das sich der Benutzer dann herunterladen kann. Und nett ist noch, dass der Notification-Service am Schluss noch eine Möglichkeit anhängt, automatisch mit einem zusätzlichen Link, über den man sich auch wieder aus dieser Subscripten-List austragen lassen kann. Ja, das war alles zum Thema Notification-Service. Hier darf noch die Datenbank nicht fehlen, beziehungsweise auch mehrere. Wir kommen jetzt zu Amazon DynamoDB. Wir haben das in mehreren Fällen hier für dieses Projekt eingesetzt, weil eben diese Serverless-Charakteristika erfüllt. Wir müssen uns hier auch gar nicht um die Servers kümmern, um diese Datenbank quasi als Managed bekommen. Unser Use-Case war, wir haben eigentlich mehrere Tabellen, aber eins davon, wo wir auch die API anzeigen, wir haben Kunden auch außerhalb Europa, müssen aber die Rechnung in Euro stellen. Das heißt, wenn wir die Daten exportieren, exportieren wir über Open-Source-Tool, fragen wir uns Open-Source-API, Umrechnungskurs in Euro und exportieren das mit. Es kann aber sein, dass Monate später wir feststellen, dass in diesen Daten, Tage für Berechnung gewählt wurden, ein Fehler geschehen ist, dass wir komplett nochmal exportieren müssen und berechnen müssen. Allerdings ist diese Open-Source-API nur imstande, Umrechnungskursen für die letzten 90 Tage auszuliefern, sodass, wenn wir jetzt für Januar nochmal umrechnen müssen, wird der Umrechnungskurs nicht mitkommen. Deswegen speichern wir den bei jeder automatischen Berechnung am Anfang des Monats mit und wissen, okay, der ist auf jeden Fall da. Wenn er nicht mitkommt, holen wir das aus der Datenbank. Das ist sozusagen einer der Anwendungsfehle, wieso wir überhaupt hier Datenbank gebraucht haben. Ja, was ist überhaupt dein MOTB? Ist es halt Full-Managed NoSQL-Datenbank? Ich meine, das ist schon ein harter Job, so eine Datenbank zu managen. Wir haben hier mit Patching, Security, das ganze Backup und so weiter. Das ist schon viel Aufwand und das wird uns komplett abgenommen. Das ist Document oder Key-Value-Store. Sind beide Möglichkeiten da. Alles wird sozusagen als JSON gespeichert. skaliert praktisch zu beliebigen Workload mit bestimmten Einschränkungen, über die wir sprechen werden und es halt fast inkonsistent liefert. Die Ergebnisse praktisch fast in, ja, die Antwortzeiten sind in Millisekunden. Konzeptuell sieht es so aus, es gibt einfach Konzept der Tabelle, so ähnlich wie bei der relationalen Datenbank Tabellen sind. Tabellen bestehen aus Items, so ähnlich wie die relationalen Datenbanken Zeilen, nur in diesem Fall sind das JSON-Dokumente. Und jedes Dokument kann Attribute haben, so ähnlich wie Spalten in der relationalen Datenbank. Wichtig ist, dass jeder Item, also jedes Dokument mindestens ein Partition-Key haben muss, oder das nennt sich dann auch Hash-Key. So ähnlich wie Primary-Key in der relationalen Datenbank. Das ist, nach diesem Key werden wir die Abfragen machen, so ein Look-Up. Optional kann auch Sort-Key oder auch Range-Key hinzugefügt werden und wenn er da ist, können wir komplexere Abfragen ermöglichen, wie zum Beispiel Between, Contains und so weiter. Aber nur, wenn diese Spalte als Sort-Key markiert ist. Ansonsten kriegen wir eine Exception. Was hier noch wichtig ist, welche Datentypen werden unterstützt? Es gehen nur simple Number, für Integers, Double und so weiter, String und Binary oder so Collection-artige Typen, String-Set, Number-Set und Binary-Set. Was hier sofort auffällt, es gibt kein Datum. Das ist natürlich schlecht, das brauchen wir auch in der Anwendung. Das geht, wenn wir String genau mit diesem Pattern formatieren und abspeichern, dann erkennt DynamoDB das als Date und kann auch als Date sortieren. Das ist ziemlich ungewöhnlich, aber so ist es. Um überhaupt zu verstehen, wie DynamoDB funktioniert, muss man das Konzept des Throughputs gut kennen. Das gibt es, glaube ich, in keiner anderen NoSQL-Datenbank, Man muss zwei Dinge kennen, Write-Capacity-Unit und Read-Capacity-Unit. Zum Beispiel eine Write-Capacity-Unit gibt die Möglichkeit, ein Kilobyte Daten pro Sekunde zu lesen. Das heißt, wenn wir ein Dokument lesen, welches aus 0,5 Kilobyte bestellt, das zählt als quasi eine Capacity-Unit. Wenn das Dokument aus anderthalb Kilobyte besteht und wir das einmal pro Sekunde lesen, dann verbrauchen wir zwei Write-Capacity-Units. So ähnlich ist es mit Read, nur dass das auf vier Kilobyte gerundet wird. Und diese Read- und Writes Capacity-Unit werden pro Tabelle festgelegt und sind voneinander unabhängig. Jetzt stellt sich die Frage, wieso brauchen wir das? Weil wir jede Tabelle so provisionieren müssen und davon ist auch Pricing anhängig. Wir werden uns mal anschauen, wie das geht und dann müssen wir uns im Klaren sein, wie oft wir auf die Daten zugreifen, lesen und schreiben und wie groß die sind. Erst dann wissen wir, so viel kostet eine Write-Capacity-Unit und Read-Capacity-Unit pro Sekunde pro Tabelle. Das ist ein großer Unterschied zu anderen Datenbanken. Es gibt einen sehr freizügigen monatlichen Free-Tier, 25 Read-Capacity-Units pro Sekunde, 25 Write-Capacity-Units pro Sekunde und 25 Gigabyte Storage für alle Dynamo-Tabellen in einem Account. Das reicht uns komplett aus bei diesem wenigen Workflow. Wenn man natürlich eine komplizierte Anwendung hat, wird es nicht ausreichen, dann müsst ihr rechnen. Jetzt geht es um diese Tabelle, die heißt bei uns auch Currency Exchange Rate in Euro, wo wir diesen Umrechnungskurs abspeichern. Hier seht ihr, wir haben im Prinzip einfach nur eine Read-Capacity-Unit und eine Write-Capacity-Unit provisioniert, wie gesagt, weil wir von Free-Tier-Gebrauch machen. Normalerweise geht man in diese Einstellungen rein und muss dann tatsächlich wissen, was die Anwendung tut. Es gibt die Möglichkeit, da Autoscaling einzustellen, damit, falls zum Beispiel wir schon an 70% von Utilization von diesen Capacity-Units gekommen sind, kann man automatisch noch mehr sozusagen drauf tun. Dann werden wir nur für diese Zeit, wo wir mehr brauchen, auch mehr bezahlen und nicht nur für Pick-Provisionieren. Wie gesagt, für uns war das nicht relevant, trotzdem generell nicht verkehrt zu wissen. So sehen die Daten der Tabelle aus. Primary Key oder auch hier Hash Key ist bei uns Währung. Local Date ist bei uns Sort Key, weil wir wissen wollen, wie war ein Umrechnung kurz zum Beispiel zwischen einem Datum und dem anderen Datum. Deswegen ist es als Sort Key hier deklariert und das ist Umrechnungskurs, das ist einfach die dritte Spalte, die auch praktisch frei gewählt werden kann in der NoSQL-Datenbank. So sieht das aus, wenn wir jetzt mit Java programmieren wollen, wieder das gleiche Muster mit Amazon SDK, ein Client, Amazon DynamoDB Client bauen mit Region und auch Credentials und mit diesem Client können wir diese DynamoDB Rapper instanzieren. Wer mit Hibernate, JPA und allen anderen Dingen programmiert hat, für den ist es einfach, wie man damit umgeht. Das ist eine ganz normale Pojo-Klasse, bestehend aus Current, Date und Value, die annotieren wie mit DynamoDB Table, übergeben Tabellenname, damit gemappt werden kann. Currency ist wie gesagt bei uns Hash-Key oder Primary-Key oder Partition-Key. Local-Date ist Range-Key oder Sort-Key, deswegen sind diese Annotation und Values nichts anderes als ganz normale DynamoDB-Attribute, einfach nur zusätzlich kommt. Wenn wir sozusagen die Daten abspeichern, machen wir quasi von diesem Mapper gebraucht. Wir erzeugen das Objekt, sagen mit Mapper Save, speichere das, wollen wir mehrere Objekte gleichzeitig so ein Batch-Write schreiben, sagen wir Mapper, Batch-Save, wollen wir laden, sagen wir, welche Klasse, damit es gecastet wird, Primary-Key und Sort-Key und dann kann das Objekt praktisch aus der Datenbank eindeutig geladen werden. Wollen wir etwas komplizierter abfragen, sozusagen mit Sort, wo wir von diesem Local-Date Gebrauch machen, wo wir sagen können, gibt es alle Umrechnungskurse zwischen Januar und August, geht es etwas komplizierter, Zuerst müssen wir hier Map definieren, wo alle Parameter abgespeichert werden, hier in diesem Fall Currency und From-Date und To-Date und dann müssen wir so ein Objekt einsetzen, DynamoDB Query Expression und hier sagen wir, welche Kondition hier relevant ist, das heißt, wir übergeben die Currency und dann Local-Date Between, Bequivel, From-Date und To-Date und nur weil Local-Date eben Sort-Key oder Range-Key deklariert ist, darf diese Abfrage überhaupt ausgeführt werden, würden wir hier zum Beispiel Value-Spalte benutzen, wird hier einfach knallen, weil sie nicht als Sort-Key deklariert ist. Dann mit Mapper-Query kriegen wir die Liste von Objekten zurück. Ziemlich einfache API, man darf sich aber gar nicht täuschen, denn es gibt nur bestimmte Use-Cases, wo DynamoDB sehr gut ist. Das ist Key-Value-Lookups, wo wir die ID scannen und nach dieser ID die Daten auslesen. Wo unsere Applikation komplexe Queries, zum Beispiel Joins, vermeintet. DynamoDB kennt keine Joins. Deswegen man muss es einfach in einen JSON-Packen mit ganz anderen Dingen hier zu tun haben. Es gibt noch Hotkeys-Problematik, das überspringen wir, aber wenn eine Tabelle groß wird, zum Beispiel ab 10 Gigabyte oder mehr als bestimmte Anzahl WCUs und RCUs verbraucht, wird die Tabelle partitioniert. So arbeiten alle NoSQL-Datenbanken. Und dann gibt es bestimmte Effekte, wenn man immer wieder nach einem Key fragt und immer wieder eine Partition abfragt. Es kann sein, dass wir mit Throttling zu tun haben, DynamoDB aussteigt und sagt, zu viele abfragen. Man muss ganz genau hier wissen, da muss man Caching verwenden und andere Dinge. Das sind sehr, sehr viele Herausforderungen. Und DynamoDB ist nicht die richtige Wahl für alle Lösungen. Für uns war es noch okay, aber trotzdem man muss im Voraus daran denken, nach welchem Pattern ich die Daten abfrage. Und man kann die Tabellenstruktur und auch neue Partition Kies, mehrere Indizes und so weiter, das geht mit DynamoDB nur sehr umständig. Es gibt so Sekundary Indizes und so weiter, Abfragen gegen diese Indizes kosten aber extra Geld. Und DynamoDB überhaupt durch auch eine andere NoSQL Datenbank zu ersetzen, ist alleine durch dieses Partition und das Throughput Konzept einfach fast unmöglich. Deswegen das ist ein massiver Login. Und diese Frage haben wir auch während der Entwicklung gestellt. Eigentlich Argument gegen NoSQL Datenbank. Wir hatten die Tabellen, die sehr klein waren, so etwas wie Partitioning und so weiter wird bei uns nicht geschehen. Auch Login und wir müssen diese Technologie auch lernen und so weiter. Es gibt keine Joints, sondern es gibt auch keine Aggregaten Funktion in dieser Datenbank. Und wir hätten die an einer Stelle gebraucht. Der einzige Argument war Preis. Das Ding hat uns gekostet. Das ist eigentlich nichts. Und das noch mehr Backup und so weiter, weil wir so selten Abfragen machen, dass wir praktisch vom Frittier Gebrauch machen. Hätten wir zum Beispiel Relationale Datenbank Postgres genutzt, da hätten wir für einen Server pro Jahr mindestens 130 Dollar zahlen müssen. Wenn wir noch High Availability wollten und dieser Server hat nur ein CPU und nur wenig RAM, wie Datenbank abbilden, wo Konzepte bekannt sind. Aber zu dem Zeitpunkt, als wir das Projekt umgesetzt haben, gab es keine Relationale Serverless Datenbank. Die war in der Preview, wir haben uns das später angeschaut, die ist jetzt released worden, erst im August, aber nur in einer Zone in Northern Virginia. Trotzdem, wir haben schon jetzt ein paar Test-Cases, Use-Cases damit implementiert, um zu gucken, wie sich das verhält, nennt sich Amazon Aurora Serverless. Bevor wir uns anschauen, was das Ding macht, seit zwei, drei Jahren gibt es Amazon Aurora Dienst. Das ist eine Managed Datenbank von Amazon selbst, die MySQL und Postgres Dialekt spricht. Wenn wir das aus der kleinen Seite anschauen, das heißt, wir können einfach mit MySQL oder Postgres Treiber ganz normal arbeiten. Das ändert sich gar nicht, das ist ein anderer Endpoint. Für uns ist gar keine Änderung. Architektonisch ist es aber ganz anders umgesetzt auf AWS Seite. Sie haben Compute und Storage komplett entkoppelt bei Aurora und zwar so, dass jeder Datensatz praktisch sechsmal abgelegt wird. Und zwar in drei unterschiedlichen Availability Sons einer Region jeweils zwei Kopien. Und wenn vier von sechs Reads gelingen, dann ist sozusagen der Request erfolgreich. Wenn eine Availability Zone weg ist, haben wir weiterhin noch vier Kopien. Wenn ein Reck in einer Availability Zone weg ist, haben wir weiterhin fünf Kopien. Und so weiter. So Attribute von NoSQL Cup-Theorien. Das heißt, dieser Storage ist sozusagen geshared, der ist ähnlich wie S3-Storage und das kann man schon längst nutzen, gibt es in jeder Region und bei vielen Fällen ist es sogar viel besser als RDS Postgres. Jedoch zu überwinden seitens Amazon, um das als Serverless anzubieten. Es ist eben die Möglichkeit, diesen Storage sehr schnell zu attachen, wenn die Instanz hoch wird. Weil Storage ist bei der Datenbank praktisch der Haupt Schwachpunkt. Im Prinzip sowas wie Create Storage kann gerne 20 Minuten dauern, wenn wir zum Beispiel Read Replica oder so etwas einbinden. Und genau was in diesem Serverless gelingt, ist nichts anderes als am Load Balancer Connection festzuhalten, bis sozusagen beim ersten Request die passende Instanz hochgefahren wird und dann das Storage attached wird. Und so kann man im Prinzip traditionelle Datenbank als Serverless benutzen und Amazon wird ganz genau wissen, wie groß die Instanzen sein müssen, die im Hintergrund gestartet werden. Und das geschieht nur, weil wir das quasi selbst mitgeben. Hier sagen wir, wie viele Aurora Minimum Capacity Units gebraucht werden. Zum Beispiel eine Aurora Capacity Units ist zwei Gigabyte Reim. Und das wird pro Stunde berechnet, eigentlich sogar pro Minute. Hier sehen wir den Preis. Wir können sagen, wie viele Minimal Capacity Units wir brauchen pro Datenbank, wie viel maximal. In unserem Fall haben wir hier als vier definiert, minimal auch als zwei. Und hier sagen wir, wenn nach fünf Minuten keine Anfragen kommen, kann der Datenbank komplett runtergefahren werden. Quasi Serverless Experience. Und im Prinzip müssen wir testen, mit wie viel Gigabyte Anwendung sozusagen laufen kann. Und Amazon wird das für uns automatisch skalieren, anhand von CPU Utilization, Connections und so weiter. Wir brauchen noch zwei Minuten. So sieht das praktische Monitoring aus, wenn wir es eingebunden haben. Wir wissen, wie sich Capacity verändert. Ihr seht hier, wir haben zwischen zwei und vier eingegeben und das pendelt zwischen zwei und vier und nach fünf Minuten wir haben keine Anfragen, der Cluster wird pausiert. CPU Utilization kriegt man Datenbank Connection, Metriken ohne Ende, die in Cloud Watch landen. Und so sieht es aus sozusagen im Logging. Ihr seht, es kommt die erste Anfrage und Datenbank Cluster wird gestartet. Dafür werden jetzt 26 Sekunden gebraucht beim ersten Start. Danach ist der Pool warm und kann die Anfragen entgegen nehmen, bis nach fünf Minuten wieder runter gefahren wird. Hier haben wir wenige Anfragen gestartet und von vier Capacity Unions, die wir maximal übergeben haben, wurde auf zwei runter skaliert, weil es ausreichend war. Und nach fünf Minuten wurde Cluster pausiert, als wir hier nichts gemacht haben. Ziemlich gute Sache relational, da haben wir unsere Joints, für unsere einfache Fehler ist es für uns sogar bequemer. Deswegen wir überlegen uns das später zu ersetzen, wenn diese Serverless in Frankfurter Region da ist. Use Cases ganz normal, die wir kennen, weekly jobs, zusätzliche Spikes, wenn Latenz akzeptabel ist, vor allem beim ersten Request, wir haben gesehen, 26 Sekunden kann nicht jeder vertragen, trotzdem DevTaste Datenbank ist ein typisches Beispiel, wo man ein bisschen warten kann beim ersten Request. Da glaube ich, haben wir genug Zeit. Im Prinzip das war so ein schneller Durchlauf über alle Services, die wir eingesetzt haben. Im Prinzip kann ich allen raten, falls ihr bei der Firma eine offene Kultur habt, aus dem Datacenter rauszugehen, probiert diese Dinge aus, ihr werdet auch Produktivitätssprung feststellen, wenn man sich nur auf die Anwendungslogik konzentrieren kann und andere Services konsumieren kann. Trotzdem muss man sich in Services auch einarbeiten. Man darf die nicht einfach so blind einsetzen. Ja, use the right tool for the job, würde ich sagen. Ansonsten vielen, vielen Dank. Ich glaube, wir haben überzogen. Ich weiß nicht, ob wir noch ein paar Minuten für die Fragen haben oder wir die auch klären können, mit dem Kopf geschüttelt. Aber ich bleibe hier, deswegen Fragen da sind gerne stellen. Sonst können wir uns auch beim Epilabs Stand hier treffen und dann diskutieren. Ich hoffe, es war nicht zu viel.